Unser Antrieb ist die Entwicklung von innovativen Lösungen zum Wohl unserer Patienten. Mannheim ist der Hightech-Campus innerhalb der Roche-Gruppe. Die Lage hier ist perfekt, mitten im Herzen von Europa. Wir haben tolle Bedingungen. Universitäten, Kultur, Industrie, Natur- und Freizeitangebote, alles in der Nähe. Die Vielfalt hier am Standort ist die Vielfalt von Mannheim. Mönnem. Mannheim. Mannheim. Mönnem. 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 Mannheim. So ist auch der Mannheimer, man trifft sich dann halt irgendwo. Roche-Mannheim liegt auf dem Waldhof. Hier findet alles statt. Die komplette Wertschöpfungskette mit allen Supporteinheiten. An meinen Kollegen und Kolleginnen schätze ich vor allem die Kreativität und die Umsetzungsstärke. Von einer kleinen strategischen Idee kommt es relativ schnell in die Umsetzung, dann fließt Beton, dann wird Edelstahl poliert und dann laufen die Produkte übers Laufband. Wir sind global ausgerichtet in Mannheim. Das gilt sowohl für die R&D-Mannschaft als auch für die Produktionseinheiten. Der direkte Austausch mit den Kunden ist für uns Inspiration, aber auch Motivator für die tägliche Arbeit. Jobwechsel, auch in unterschiedlichen Funktionsbereichen, sind ohne Firmenwechsel möglich. Insbesondere die R&D-G bietet hier eine breite Palette an Jobmöglichkeiten. Wir halten uns an unsere Vereinbarungen und Abmachungen. Wir hier in Mannheim haben sogar unser eigenes Oktoberfest. Prost! Wir in Mannheim sind dreimaliger Weltmeister und wir freuen uns über jeden neuen Mitspieler. Wir bei Roche Mannheim entwickeln und bauen Sondermaschinen für Produktionsstandorte in aller Welt. Das ist einzigartig. Wir sind stolz, dass wir hier am Standort Mannheim ein wichtiger Teil des EMEA Customer Support Centers sind. Mit unserer Expertise leisten wir Service für Deutschland, Österreich, deutschsprachige Schweiz, Belgien, Niederlande, Griechenland und die Türkei bis hin zur Neukonzeption von Laborplanungen in 3D. Wer etwas bewegen will und weltweit an Projekten arbeiten möchte, der ist hier richtig. Mannheim steht für Macher und nicht für Babler. Es ist sicherlich nicht leicht, 3200 Regeln zu machen, aber es macht uns sehr viel Spaß. Und der einzigartig, den wir haben, ist, dass die Leute am Tag zurückkommen und sagen, das ist super, vielen Dank. Es gibt in der Region mehr als 20 Hochschulen und Universitäten. Das ist für Roche eine unerschöpfliche Quelle an Talenten. Wir entwickeln hier individuelle Hightech-Lösungen. Expertenwesen ist bei uns oft nur ein Steinwurf weit entfernt. Und das macht den Erfolg und den Charme des Campus aus. Roche in Mannheim prägt die Menschen nachhaltig. Wer einmal hier war, der kommt auch gerne wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch gerne wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch gerne wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch gerne wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch gerne wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch immer wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt auch immer wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt immer wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt immer wieder zurück. Wer einmal hier war, der kommt immer wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020